Ist es eigentlich doch cool, wenn man so ins Bild kommt, ich doch keine Ahnung... Guten Tag! War das magisch? Hi, mein Name ist Tiff Römer, ich bin 19 Jahre jung und das sage ich nur, weil viele Leute oft denken, ich wäre noch 12. Und momentan bin ich Moderator und Zauberkünstler und mache das aktuell sogar hauptberuflich. Ich habe letztes Jahr Abi gemacht und zusammenstanden und ture seitdem mit meiner magischen Show Augenblicke durch Deutschland. Dranbleiben, nachher gibt es noch ein paar Video-Ausschnitte. Von Kind an, da liebe ich das Moderieren. Oh, süß. So öffneten sich mir früh schon viele Türen. Ich moderierte zum Beispiel zwei Jahre lang eine Kindersendung im Lokalfernsehen. Ich spielte mein erstes 90-minütiges Zauber-Solo-Programm. Ich produzierte einen eigenen Kurzfilm, der in einigen Lokalkinos in MV lief. Ich hatte zwei eigene Sendungen im TV und im Web und im letzten Jahr. Da veranstaltete ich eine magische Gala, bei der ich mich unter anderem durch den ganzen Saal hinte. Ausschnitte gibt's gleich. Na, Song erkannt? War das nicht schön? Ja, das war nicht schön. Mein aktuelles Lieblingsmusikvideo, vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber hey, Baby, I just want to dance. Das war's von mir. Jetzt gibt's noch ein paar Eindrücke von dem, was ich sonst so mache. Danke, dass ihr zugeschaut habt und vielleicht bis bald. Tschüss. Und hier ist Till Frömmel. Und hier ist Till Frömmel. Schön, dass ihr da seid. Und jetzt? Zaubert der Zauberer am häufigsten. Ringe! Da ist jemand drin. Die erste Spitze. Workout ist das Tolle. Die erste Spitze. Also das zieht heute in Hauptvegas. Durch die Oberbahn. Wo hast du den Schein? Wo hast du den Schein? Du hast ihn nicht. Hör mal auf, du hast eine Münze. Wo hast du eine Münze? Wo hast du die Sitz? Wo hast du die Sitz? Wo hast du die Klau? Ist das Ihre Karte? Für eine tolle Zauberer-Show kommt man in der Kisten und Tiger. Das ist die Karte. Das ist die Karte. Ja, der traut sich was davon. Ja, der traut sich was davon. Ja, der traut sich was davon. In der Uhr steckt eine Karte hinter Glas. Das ist eine!